Was geht YouTube? Ich bin zu der JamTV. Ihr wisst, im letzten Roller-Video habe ich Jenksan seinen Traum-Scooter gekauft. Und heute gehen wir den Scooter für ihn kürzen lassen. Und gehen danach anschließend nach Düsseldorf unter eine Brücke. Dort wird Jenksan seinen Roller zum ersten Mal testen. Are you ready? I see. Oh mein, der Strom ist so krass, ne? Erstens hab ich Probleme mit. Wir sind jetzt angekommen. Wo sind wir? Bei Fantic? Ja. Bei Fantic. Da kann man seinen Roller kürzen lassen. Kann man schön mitmachen. Aber kann man, dass es einen Scooter ist? Damit kannst du auf Trampen und Fix machen. Damit kann man auf Trampen und Fix hüten. Ja, die sind einfach zum Jump, ne? Mirko? 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 Mirko ist in seinem Park. Guck, der hat seinen Bauch an. Da sieht der auch wild aus. Guck, hier ist mein Bauch. Ja. 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 Weißt du, wie viel du kürzen willst, oder? Ich will die so ein bisschen. Ja, das ist natürlich abnehmen, aber wenn ich jetzt so viel wegnehme, hast du halt irgendwann nichts mehr von der Bar, weil die so klein ist, ne? Ja. Also, ne? Wie du willst, aber... Was denn besser ist denn, äh... Ich würde, also man sagt immer so, Hüfte ist optimal, bis zum Bauchnachbekommen variieren. Also die ist jetzt wirklich perfekt, gerade von der Höhe. Ja. Ich will dich schon so bis hier haben. Ja? Voll viele haben die so... Ich bin auch schon mal so gefahren und da kann man viel einfacher Tricks machen. Ja, wollte ich dir ja mal zeigen, genau. Okay. So ab diese Idee. Das wäre schon... Ja, okay. Wer du meinst, also? Wir haben den 800 Euro für diesen Roller bezahlt. Der wollte den nicht mal fahren, ohne dass der gefürzt ist. Ja, ja. Ich sehe schon, der ist auf jeden Fall teuer gewesen. Und die Bar ist halt auch echt teuer, ne? Die du jetzt auch hast, die kostet 185 Euro. Ja. Und... Davon so viel wegzunehmen, ne? Ich will halt... Bis zum Wesen. Oder... Zwischen W und A. Wir machen das so, wie er will, weißt du? Ja? Ja. Okay. Hier ist 15 Euro. Junge, wie einfach der Motion macht. Mach mal ein Kicklis. Kicklis. Hier ist 16 Euro, krieg dir noch 1 Euro Trinkgeld. Ja. Guck mal, wie... Es ist so alt. Wir machen das so. Aber, ähm, da schmal der... Guck mal, Oli, wie einfach. Aber ich kann so tief gar nicht fahren. Ja, aber... Aber ich kann so tief gar nicht fahren. Nein, aber... Aber... Wie dreht man das? Wie ist der Kicklis zum Drehen? Ja, okay. Ach so. Ich glaube, das ist der kleine. Ich bin... So? Ja. Ich bin... Ja. Ich bin... Du musst... Guck! Oh, Mann, ja. Oh, meine. Genau das soll ich scheinen. Das soll ich scheinen, doch... Bidde schön. Genau die Größe. Ja. Zufrieden? Ja. Bidde schön. Ich kann gleich nicht spielen. Sehr gut. Das ist doch geil, ne? Ich weiß es nicht leichter werden. Wirklich? Ja. Hast du Danke Adi? Ja, Danke habe ich gesehen. Kleiner Hut. Vorsicht Pitbull. Kleine Matches zu deinem Roller. So Leute, Jengs anfährt das erste Mal seinen Roller. Wir haben den Zug gerade gekürzt. Es geht ab. Kannst du jemanden grüßen? Ja. Meine ganze Familie. Schöne Grüße an deine Familie. Ihr seid Brüder, ne? Ja. Ja, das sieht man. 2. 1. 1. 2. 4. Noch mal Backflip. 5. 8. 6. ok Leute wir sind jetzt in Geysenkirchen am Skatepark weil wir in Düsseldorf nicht so gut aufnehmen konnten nehmen wir jetzt hier noch mal ein bisschen auf und Cengiz dann zeigt was er jetzt mit seinem neuen Roller alles kann komm du schaffst das boah knapp ist schlecht du brauchst mehr Anschwungen ich muss einfach drauf wie nennt sich der Trick? Brai Braiflip 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 und jetzt mit richtig Schwung und Dreck drauf landen boah fast eigentlich war der schon nein oder nicht der muss 3 Sekunden länger bleiben ok wenn du den Trick jetzt schaffst dann hast du es bewiesen dass du den Roller verdient hast und dann kriege ich was zu essen wenn du den jetzt landest ja dann gehen wir weg jetzt ja ok komm jetzt egal sollen wir den zählen lassen wie sollen wir den zählen lassen ich kann nicht mehr nein ok komm ja ok paar abschließende Worte zu deinem Roller wie ist der jetzt so du bist den jetzt ein bisschen länger gefahren ich bin sehr zufrieden ich kann viel diesen Trick ja den konntest du vorher gar nicht ne? aber der ist richtig krass der Roller der macht echt leicht fangen wir mal an den Roller machen wir noch so ein Roller Porn Scooter Porn Scooter Porn sehr schau in den Roller gut Videos unterstützt und ihr das auch feiert. Ich werde mich jetzt extra mehr anstrengen, damit ich besser werde und ich euch mit meinem Bruder mehr unterhalten kann.